Unser Rahmen Trainingsplan beinhaltet sieben Bausteine. Das sind die Bereiche Technik, Taktik, Koordination, Zweikampfverhalten, Persönlichkeit, Spielintelligenz und die Individualisierung. So, ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt beim Anschauen von unseren ausgewählten Übungsformen und ich hoffe, dass euch diese auch weiterhelfen in der Arbeit bei eurer tagtäglichen Mannschaft. Bis zum nächsten Mal.